servus und willkommen zurück in der bundesfirmanstalt zu einem neuen video heute am montag ja und es gibt mal wieder ein unboxing zu sehen von einem media book das eigentlich schon letzte woche am freitag bei mir eingetroffen ist aber ich habe es zeitlich leider nicht mehr geschafft das video zu machen weil ich über das wochenende nicht im lande war also nicht im bundeslande quasi deswegen kommt heute erst ich habe schon gesehen der ein oder andere kanal hat es schon gezeigt aber weil das hier natürlich der mehr oder weniger inoffizielle timo würz fankanal ist möchte ich mir natürlich nicht nehmen lassen euch dieses wunderschöne stück um das es heute geht hier auch vorzustellen denn ich habe post bekommen von turbine und da wird jetzt dann vielleicht der ein oder andere schon wissen um was für einen titel es sich handelt deswegen machen wir jetzt das ganze einfach mal auf mit diesem form schönen aufreißfaden wenn er denn funktioniert probieren wir es mal hier vielleicht klappt es da besser ganz hervorragend und dann schauen wir mal da rein in diese form schöne verpackung wo ich sehe schon ist eine rechnung und darin befindet sich natürlich das wunderbare media book das neue media book von turbine zu candy man's fluch ja und zwar das brandneue 4k media book und natürlich mit dem mein gott schaut euch ein timo würz motiv es gibt ja noch ich glaube noch zwei weitere motive ich blende die euch hier irgendwo noch ein die rausgekommen sind ja in 4k mit hdr natürlich brandneue restauration steht hier auch schon auf dem sticker turbine hat ja vorher schon blu-ray media books rausgebracht von dem titel vor einiger zeit und jetzt halt noch mal das ganze in 4k zum preis von 35 euro was ich finde für ein 4k media book also mit 4k disk ein recht fairer preis ist da kann man jetzt nicht großartig schimpfen ich meine klar das ist jetzt nicht super billig aber 35 euro ich meine ja 5 euro aufpreis im vergleich zu einem blu-ray media book das geht nur also das ist nur im rahmen wie gesagt nicht super billig aber das ist völlig in ordnung preismäßig und ja das ding ist halt mal wieder optisch der absolute knaller aber bevor dass man jetzt da ewig rumschwafeln machen wir das ding einmal auf natürlich ich erwarte hier wieder natürlich absolute premium qualität von turbine muss ich natürlich dazu sagen das ganze ist natürlich da ist wieder so ein sticker drauf das kennen wir diese großen sticker von turbine mit dem fsk 18 logo das ist natürlich wie auch schon vorher bei dem blu-ray ist die unrated fassung hdr dolby vision brandneue 4k restauration und mehrstündiges bonusmaterial also die haben wir da wieder aus den folien geschöpft und hier einfach auf der folie ja candy man ist natürlich ein film aus den usa aus dem jahr 1992 von regisseur bernard bernard rose 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 bernard rose ich glaube das sind engen brite ich glaube ja mit tony todd natürlich meine güte das ist ein toller schauspieler und das ganze ist natürlich eine clive barker verfilmung ne der natürlich hier auch produzent war von dem titel und clive barker ja das das geht einfach und candy man finde ich super ich habe lange nicht gesehen sehr gut dass der jetzt rausgekommen ist nochmal in 4k aber da kann ich jetzt endlich mal wieder rewatchen ja ein neunziger jahre klassiker wer kennt ihn nicht den candy man und wir haben hier natürlich dieses wunderschöne motiv von timo würz und ich muss sagen das ist wahrscheinlich eine der besten arbeiten die der gute abgeliefert überhaupt jemals abgeliefert hat das ist ein absoluter knaller ich sehe gerade da hinten ist noch ein deckblatt drauf das machen wir mal weg das schauen wir uns jetzt zuerst mal also da ist noch hinten hinten was drauf nämlich hier die bevor wir den rest anschauen also da ist nichts einfach nur draufgelegt auch nicht festgegeben ist natürlich super und ihr könnt euch natürlich wenn ihr den film noch nicht kennt hier die inhaltsangabe mal durchlesen das ist ganz nett gestaltet hier wir haben natürlich eine fette ausstattung ist ein neun interview featurettes dabei unter anderem auch mit clive barker und mit dem regisseur und auch mit toni torte Virginia Madsen drei audi kommentare von carsten crew tonspur mit sound effekten und der filmmusik von philip glass storyboards und ein buchteil von tobias homer zur entstehungs geschichte als da ist durchaus ein bisschen was drauf auf der blu-ray ein paar bilder haben wir hier noch mit dazu kein klassiker des horror genres basierend beziehungsweise beruhend also ich hätte hier eher basierend geschrieben aber naja auf einer kurzgeschichte von clive barker erstmals auf ultra hd blu-ray und natürlich unrated da unten haben wir dann noch ein paar credits und hier die angaben zu den discs ja in 4k natürlich mit hd adobe vision ton ist deutsch und englisch ein dtsd master audio 5.1 am start beziehungsweise auch als stereo tonspur und hier drüben haben wir dann noch die blu-ray es ist ein doppelt set 4k und blu-ray da ist dann halt noch mal auch auf der blu-ray bonus material mit drauf das ist jetzt auf der 4k nicht mit am start hier unten noch ein paar credits unter anderem auch mit dem hinweis auf das timo wird's artwork artwork und genau und hier unten der barcode wenn es interessiert das ganze ist glaube ich auf 1000 stück limitiert also dieses cover motiv hier zumindest bei den anderen weiß ich jetzt gerade gar nicht ich mache mal nichts aus limitierungsnummern deswegen das ist mir immer relativ wurscht aber es ist so bei turbine dass die gott sei dank die motive von denen schon auszugehen ist dass sie sehr beliebt sein werden unter anderem die timo wird's motive relativ hoch limitieren und 1000 stück das das passt schon eine nummer wird hier wahrscheinlich nicht dabei sein denke ich mal turbine nummeriert die teile eigentlich nicht und jetzt schauen wir uns mal das schöne frontmotiv an und schaut mal was sie hier gemacht haben das ding ist matt und ihr wisst ja matt ist mein ding und großartig großartig der bienenschwarm und hier schaut mal der haken das ist sport lag ja sie haben sport lag drauf geknallt hätten sie jetzt wegen mir nicht unbedingt machen müssen aber warum nicht das ist eigentlich ganz nett der schriftzug unten aber nicht das ist das ist matt alles also wirklich nur der haken der sind sport lag das sieht doch großartig aus leute sie sind schon wirklich schön seiden matt der candy man schriftzug ansonsten nix net irgendwelche logos oder sowas drauf geklatscht das ist halt wirklich mein schaut euch das halt an bist du deppert also das ist halt schon der knaller musste ich haben ist es schaut einfach weglasse aus damals ins bein turbin logo candy man steht drauf das motiv geht auch über den spain über unten haben wir noch mal so ein kleines mittel und die rückseite sweets to the sweet und das ist auch in sport lag gehalten seht ihr schon das ist doch das doch nicht sehr schön gedruckt mit dem bienen waben muster im hintergrund unten klein die universal credits das passt wenn man das ganze jetzt mal so auf macht nur das ist mehr oder weniger durchgehendes ja das passt auf jeden fall gut samt es richtig schön gemacht von mit toni tort und hinten halt mit dem mit dem schriftzug passt sehr sehr schön zusammen wirklich gut gemacht also toll mir gefällt mir gefällt und jetzt machen wir das ganze mal auf schauen wir wie es innen ausschaut da haben wir jetzt auf der linken seite die 4k hd mit diesem das passt natürlich vom druck her dann mal auch wieder bienen und das die bienen waren und das passt hier natürlich mit dem label print hier von der disk sehr sehr schön nur einwandfrei das passt sehr gut dazu und auf der rückseite aber das ganze dann auch noch mal bei der blu ray auch natürlich passend gelabelt sieht sehr sehr schön aus hier mit diesen bienen und den bienen waben und dem handyman schriftzug hier das ist doch das doch schön gemacht also mir quals hier ist dann eben die blu ray so und genau wir haben natürlich dann hier dieses ja das motiv geht halt immer so hier so ineinander über das ist sehr sehr schön gemacht das poklet selber ist geklebt tatsächlich da oben sieht man nur einen kleinen kleber rest aber ansonsten ist es ja da unten ein bisschen aber es ist relativ sauber eingeklebt wobei ich meine ich kann mich erinnern dass turbine auch schon mal die dinger rein genäht hat aber und seit direkt da ans bein dran wenn jetzt da schau das ist ja es ist ein bisschen äumel zu rum ja aber ich meine entschuldigung da braucht man jetzt eine groß so dann das passt schon so und jetzt machen wir das ganze mal auf damit die erste seite candy man steht da natürlich drauf das ist ein ordentliches papier das ist nicht irgend so labbricks zeug geburt einer ikone live barker als ideengeber mit einem schönen bild von toni tor ja nettes bild vom vom set zitat von clive barker ich hatte bis jetzt tatsächlich noch gar kein media book von von candy man doch das kleine davon aber da war nur die arate drin von ich glaube meteor war das damals habe ich auch noch mal ein paar zitate mit drin ja das ist natürlich auch ein schönes schönes bild hier das finde ich klasse das haben sie jetzt für für die mittel teilgenommen das sieht echt schön aus finde ich gut ja gut meint die die bilder die fotos da die sind teilweise sieht schon das ist halt ein bisschen arg ja ein bisschen arg grislich also das ist nicht so schön von der big white hätte auf der anderen seite das foto da zum beispiel schaut super aus also das ist ein bisschen durch wachsen tatsächlich ein paar schöne bilder drin das haben es schon also von der gestaltung her gefällt es mir das schaut ganz gut aus das das book post production veröffentlichung immer wieder zitate dazwischen die fortsetzungen also auch noch mal ein kleiner artikel über die die fortsetzung in candy man 2 und 3 die sind ja auch schon rausgekommen allerdings vor unterschiedliche label den zweiten candy man hat soweit ich weiß kochfilms rausgebracht wenn man nicht alles täuscht und der dritte ist von nsm records erschienen also für lauter ja da unterschiedliche labels da haben wir noch jetzt ein bisschen was über den autor von bucket credits und dann sind wir dadurch mit dem mit dem booklet von candy man ja ein paar nette infos und ein paar nette bilder mit das ist echt das ist cool das gefällt mir ein paar nette infos dazu zu dem film also das ist schon in ordnung dieser ordentlich verarbeitet also auch wenn es eingeklebt ist da das bucket das passt schon da das ist vielleicht immer nicht die optimalste lösung aber das ist absolut super verarbeitet da ist da ist nichts das passt das passt einfach super das finnisch ist finnisch schaut echt gut aus matt und wie gesagt mit dem spotluck haken und auch da auf der rückseite deshalb schon schön gemacht einmal wieder von tourbine ich muss wirklich sagen tourbine ist eins meiner lieblings label vor allem weil die halt auch sehr sehr viel mit timo würz zusammenarbeiten das bietet sich natürlich an das ist ähnlich wie bei wicked vision die bringen hat sehr sehr viele von diesen timo würz arbeiten raus und das ist natürlich für mich als fan einfach großartig und jemand des des motiv da dass ich jetzt halt wirklich muss man echt sagen da hat er sich halt wirklich selber übertroffen muss man eigentlich schon fast sagen ich bin wirklich froh dass es mal cool aber das gute ist ja ich kann euch da wirklich nur raten holt euch die sachen im tourbine shop ich weiß nicht ob das sogar shop exklusiv ist ich bin mir jetzt nicht sicher könnte aber sein aber generell holt euch die sachen im tourbine shop weil da können sie auch noch bonus punkte sammeln und ich habe jetzt durch meine bonus punkte jetzt bloß 30 euro dafür zahlt statt 35 meine kammer sie da kriegt man relativ viel bonus punkte relativ schnell zusammen und da kann man sich richtig kohle sparen und dann passt es einfach und in meiner preis 35 euro das geht sowieso völlig in ordnung ich meine ich sage es immer wieder schaut euch an was andere lebens für 35 euro teilweise rausbringen oder noch mehr geld haben wollen für ja schlechtere sachen bei tourbine das passt immer da passt die technische umsetzung da passen die media books immer ich meine es muss nicht immer media book sein da kriegt man schöne gibt es veröffentlichungen bei tourbine ist ja kein thema im gibt es gibt es ja e-show für tourbine für den budgetpreis allerdings glaube ich noch nicht in 4k plus auf blu-ray aber mein gott das klang da vielleicht für den einen oder anderen aber da muss jetzt wirklich sagen daumen hoch das ding ist der absolute knaller das ding ist der absolute knaller und ich freue mich dass ich es in meine sammlung aufnehmen kann und dass sie den film jetzt mal sogar in 4k rewatchen kann auf jeden fall und das war es jetzt mit dem video ich hoffe es war ein bisschen informativ für euch hat euch ein bisschen spaß gemacht nur ein bisschen gefallen ja und vielleicht war es auch für den ein oder anderen noch hilfreich für die kaufentscheidung ob ja oder nein von mir geht der empfehlung raus schreibt mir eure meinung in die kommentare ja wie finden sie den film wie finden sie turbine wie finden sie die veröffentlichung wie findet ihr timo wird motive arbeiten gerne in die kommentare daumen hoch oder daumen runter je nachdem wie ich das video gefallen hat natürlich ansonsten verlinkt euch da noch ein bisschen was zu anschauen da gerne den kanal abonnieren wenn ihr es noch nicht gemacht habt da würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten video wieder macht's gut bis denn ciao und servus